Hallo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Auf, Bände, Zock. Ja, heute spielen wir einfach mal. Es ist ein neues Update, Leute, mit krass neuen Gegenständen, sowas wie ein Bouncepad und ein Regenschirm, mit dem man, glaube ich, fliegen kann. Ich habe es auch mal ausgetestet, aber ich konnte damit nicht fliegen. Aber das werden wir in diesem Video sehen, ob ich das überhaupt bekomme. Ja, die landen in Sweetie, die fangen in Sweetie an. In Sweetie landen auch immer so viele. Ich gehe immer auf dieses Haus, weil da fast nie welche drauf landen. Die landen fast nie welche drauf, ehrlich. Sauber. Ja, ja, nein, 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 so Kommentarschreiben, der aktiv ist. Leute, hier ist dieses Bouncepatei, was ich gemeint habe. Aber wer hat da gerade auf mich geschossen? Da, in diesem Haus. Ja, wenn es kopiert, wenn es ist, da ist immer lange. Das kannst du... Da vorne ist er. Das ist dieser Typ, der mich angeschossen hat. Da oben ist er. Mein Gott. Ja, bitte. Ich hoffe, ich ziehe dir nicht. Ich bin jetzt immer vollständig geheilt. Ja, das ist heilt. Ich bin jetzt diesem Haus. Ja, das ist der Typ. weiter geht leute die sport verteilt habt ihr passiert nur noch der sturmgewehr leckerlich abgestaubt mein aim ist immer so broke hat es irgendwie jeder nebel auch technical oder was mitnehmen die türkische die runde sehr gut an erstmal in die zone gehen das sind meistens die botten dort schön meistens auch keine box meistens auch gute leute der typ der stadt ja immer noch er hatte hoffen wieder heute mit dem war er redet nicht mit mir er spielt auch jemand anderes ist noch in der party aber ich kann sie nicht laut schalten weil sie will das nicht und alle die dritte kommen aber was hat er hier für treuenden und alles richtig gut ich kann nicht holen ohne dass er schafft mit zu snipe das noch nicht es ist die gruppe von gerade oder wenn es die Kuppel von gerade ist, da ist mein Gegner, der sich jetzt gleich am Bus verstecken wird. Der Typ war gut, der Typ war gut am Verlieren, ich bin auch gut am Verlieren, ich hab nicht gewinnen, wie das ist noch am Leben, hab ich gehört, seine Stimme habe ich noch gehört, aha, aha, da unten, oh mein Gott, ich hab den Schuss nicht mal gehört, den Schuss nicht gehört, ein paar Dinge, Adonis, ich dachte, der versteckt sich im Bus, Leute, manchmal steht ein Heli, den kann man nicht fliegen, weil er verpackt ist, ich glaube, das ist nur bei Agency, so, ich habe mein Invalbrock, sein Invalbrock, Okay, das ist eine Mini, also ich schreibe mal nicht so oder stummig, weil man, du bist verlaut, ich schreibe dir dann, wenn du nicht endstumm seinst, da ist noch einer, Leute, aber dann hört sie sich auch nicht, egal, ja, also, 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 eine Scar, glaube ich, achso, fliegt man mit dem, okay, von da, hat er eine Sniper oder so, ja, perfekt, Leute, habt ihr das gesehen, aber okay, würde ich mal sagen, ähm, mit dem Regenschirm fliegt man L2, Leute, die das noch war wichtig, richtig wichtig, Leute, okay, da unten ist der, der hat den auch geschickt, nochmal, schieß noch, also nochmal auf den zu schießen, sauber, Leute, das war gerade ein großer Leck, einfach, such auf, einfach, versuch auf den anderen, okay, okay, Isaac, bitte, okay, nein, jetzt Leck, Fortnite Leck, ja, Jim, Isaac, bitte, okay. Tja, tut sich auf, lvl, de Købenn serge van BPA Das war eigentlich ein Glück, das war eigentlich mein epischer, egal was ich mache auf diesem Video, bis zum nächsten Video zu schauen.